Mini-Windkraftanlagen? Ist diese Technik überhaupt zeitgemäß? Man sieht doch kaum von diesen Kleinwindanlagen irgendwo rumstehen. Die haben sich also noch nicht durchgesetzt. Und so eine neue Technik bekommt bestimmt eine sehr hohe Förderung, sonst wird sich das nie lohnen. Bei solchen Bemerkungen kann ich nur sagen, stopp. Denn das waren gerade falsche Vorstellungen über Kleinwindkraftanlagen, wie sie weit verbreitet sind. Nach diesem Video kennst du das wahre Prinzip der Kleinwindkraft. Falls du neu hier bist, mein Name ist Patrick Jöttemann. Als neutraler Experte erläutere ich auf diesem Kanal, wie man Kleinwindkraftanlagen für die Stromversorgung einzelner Gebäude oder Geräte einsetzt. Wenn du keine Videos verpassen willst, dann klicke unten auf Subscribe. Wenn du heute eine Kleinwindanlage installierst, stehst du in einer jahrhundertelangen Tradition. Denn kleine Windmühlen wurden in Mitteleuropa schon vor 800 Jahren installiert. Doch heute ist die Kleinwindkraft im Schatten der Multi-Megawatt-Anlagen in Windparks ziemlich in Vergessenheit geraten. Technologisch hat sich die Kleinwindkraft natürlich enorm weiterentwickelt. Eine moderne Hightech-Kleinwindanlage ist technisch nicht mit einer historischen Windmühle vergleichbar. Das ist offensichtlich. Aber das wahre Prinzip der Kleinwindkraft ist seit Jahrhunderten das gleiche geblieben. Wir reden von Kleinwindkraft, das heißt von optisch unauffälligen Windanlagen. Die Gesamthöhe, das heißt die höchste Flügelspitze dieser Anlagen, ist in allermeisten Fällen geringer als 30 Meter. Und es kommen sehr schmale Rotorblätter zum Einsatz. Auch bei einer größeren 20 kW-Maschine als Gewerbebetriebs ist die Rotormitte nur wenige Dezimeter breit. Das heißt, im Himmel über dem Horizont wirst du solche kleinen schmalen Objekte kaum oder nicht erkennen können. Auch die Selbstversorgung gehört zum Kernprinzip der Kleinwindkraft. Selbstversorgung heißt, nutze den Wind auf deinem Land für den Eigenverbrauch des Stroms, für ein einzelnes Gebäude oder technische Anlage. Auch die Eigenverantwortung ist ein Kernprinzip der Kleinwindkraft. Denn es gab nie eine nennenswerte Förderung oder Einspeisetarif für Kleinwindanlagen. Photovoltaik und Windparks haben sich aufgrund hoher Einspeisetarife sehr gut entwickelt. Das ist auch gut so. Aber in Deutschland, Österreich und der Schweiz gab es nie eine nennenswerte Unterstützung für Kleinwindkraft. Das heißt, in eine Kleinwindkraftanlage investieren Menschen, die ihre Energieversorgung selbst in die Hand nehmen, und nicht auf Hilfe durch den Staat warten. Ich zeige dir jetzt mal zwei Beispiele, wie die Menschen früher und heute von Kleinwindkraft profitiert haben. Zunächst ein Beispiel aus früherer Zeit. Das ist die Grottenherzender Windmühle in der Gemeinde Beetburg, rund 30 Kilometer westlich von Köln im Rheinland gelegen. Die Windmühle wurde 1831 erbaut und hier wurde das Korn der umliegenden Bauern gemahlen. Ende des 19. Jahrhunderts gab es im Deutschen Reich rund 19.000 solcher kleiner Windmühlen. Man schätzt, dass die ersten Windmühlen für rund 800 Jahre auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands betrieben wurden. Kleinwindkraft hat offensichtlich eine lange Tradition in Deutschland. Und jetzt ein Beispiel aus heutiger Zeit. Diese Kleinwindanlage eines deutschen Herstellers hat eine Leistung von 6 Kilowatt und steht auf einem 19 Meter hohen Mast. Betreiber ist ein Milchbauer aus Schleswig-Holstein, aus der Nähe von Husum. Eine Region mit viel Wind. Und hier auf der Karte sehen wir den landwirtschaftlichen Hof. Eine typische Einzellage, der Wind kann aus fast allen Richtungen frei anströmen. Und das Kleinwindrad befindet sich hier auf dem Betriebsgelände am rot eingezeichneten Punkt. Die Windanlage lohnt sich für den Landwirt, da er damit günstiger Strom erzeugt, als er ihn beim Energieversorger einkauft. Und mit Hilfe eines Lithium-Batteriespeichers verbraucht er fast 100 Prozent des Stroms der Windanlage selbst. Das Kernprinzip der Kleinwindkraft lautet also Selbstversorgung mit dem Wind vor Ort, mit einem optisch unauffälligen Minikraftwerk. Das ist eine jahrhundertelange Tradition, die erst recht mit der heutigen modernen Anlagentechnik ein großes Potenzial hat. Die wichtigste Regel zu Kleinwindanlagen, man benötigt einen Standort mit viel Wind. Ja, ich erwähne das immer wieder, weil es so wichtig ist. Man muss sich genau anschauen, wo man eine Kleinwindanlage überhaupt hinstellen kann. Man kann zum Beispiel eine Kleinwindkraftanlage nicht hier irgendwo mitten im Wald aufstellen, generell nicht in Wälder aufstellen, weil die 20 Meter hohen Bäume hier bei so kleinen Windanlagen den Wind komplett wegnehmen. Ähnlich ist es in Siedlungsgebieten, in dicht besiedelten Siedlungsgebieten. Da sind es die Häuser und Bäume, die drumherum stehen, die für schlechte Windverhältnisse sorgen. Geeignete Standorte können Randlagen von Siedlungsgebieten sein, es können Höhenlagen sein, es können Hanglagen sein, als auch Einzellagen. Zum Thema Windpotenzial am Standort habe ich ein eigenes Video gedreht. Den Verweis dazu findest du unten in der Beschreibung. Die lange Tradition der Kleinwindkraft müssen wir fortführen, wenn wir es ernst meinen mit der Energiewende. Denn die Voraussetzungen sind doch gut. Wir haben moderne und ausgereifte Anlagentechnik und wir haben noch viele nutzbare Standorte. Aber wie siehst du das? Sollten Kleinwindanlagen eine größere Rolle spielen? Wenn du das bejahst, dann werde bitte aktiv. Lerne mehr über Kleinwindkraft, zum Beispiel über Videos in diesem Kanal. Erzähle dann Freunden, Verwandten und Kollegen über kleine, optisch unauffällige Windanlagen für die Eigenversorgung. Und du könntest zum Beispiel auch dieses Video teilen, damit möglichst viele Menschen vom wahren Prinzip der Kleinwindkraft erfahren. Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Video genommen hast. Hat es dir gefallen? Dann würde ich mich über ein Like freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn du hier wieder vorbeischaust. Bleib gesund und munter. Euer Patrick Halte